Polizeiberichte Berlin 25. Juni 2024 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht, Kradfahrer und Sozius bei Verkehrsunfall verletzt. Polizeimeldung vom 25.06.2024 Tempelhof Schöneberg Nummer 1329 Gestern Abend kam es in Schöneberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Kradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 21-Jähriger gegen 20.30 Uhr mit einem Wagen von der Hohenstaufenstraße kommend auf der Martin-Luther-Straße unterwegs gewesen sein. Als er nach links in die Barbarossa-Straße abgebogen sein soll, kollidierte er mit einem 39-jährigen Motorradfahrer, der die Martin-Luther-Straße in entgegenkommender Richtung befahren haben soll. In der Folge des Zusammenstoßes stürzten der 39-Jährige und sein 33 Jahre alter Sozius. Der Jüngere erlitt Verletzungen an den Beinen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Ältere wurde vorsorglich zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht und ebenfalls stationär aufgenommen. Der Autofahrer klagte über Schmerzen an einem Arm, lehnte allerdings eine ärztliche Behandlung ab. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Unfallstelle rund drei Stunden lang gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4, Süd. Bericht, Randalierer greift Einsatzkräfte an. Polizeimeldung vom 25.06.2024 Friedrichshain-Kreuzberg Nummer 1330 Ein Randalierer wurde in der vergangenen Nacht in Friedrichshain festgenommen. Passanten alarmierten die Polizei gegen 22.40 Uhr in die Eldenahrstraße, nachdem sie bemerkt hatten, wie der 28-jährige Mann mit einem Vierkantholz auf die Fensterscheiben eines Supermarktes einschlug. Die Einsatzkräfte konnten den Mann dann in der Parkanlage Forkenbeck Platz stellen. Dort ging er mit dem erhobenen Kantholz auf die Einsatzkräfte zu und ließ sich auch durch den Einsatz von Reizgas nicht stoppen. Ein Beamter gab einen Warnschuss ab, anschließend überwältigten die Einsatzkräfte den Randalierer mit Hilfe eines Distanz-Elektroimpulsgerätes und nahmen ihn fest. Der 28-Jährige musste sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutentnahme unterziehen und wurde an das zuständige Kommissariat des Abschnitts 52 überstellt, welches die weiteren Ermittlungen führt. Bei dem Einsatz wurden insgesamt sieben Einsatzkräfte verletzt, fünf davon durch Reizgas. Bericht Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt Polizeimeldung vom 25.06.2024 Spandau Nummer 1331 Gestern Mittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Spandau gerufen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 40-jährige Autofahrerin gegen 13.15 Uhr mit ihrem Wagen aus der Ausfahrt eines Parkhauses in der Straße am Bahnhof Spandau. Beim Heerausfahren kam es zum Zusammenstoß mit einem 66-jährigen Fahrradfahrer, der auf dem dortigen Gehweg fuhr. Der Radfahrer zog sich Verletzungen im Kopf- und Nackenbereich zu. Er wurde von hinzu alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2, West, übernommen. Bericht Nach Raub auf 80-Jährigen Wer kennt diese Männer? Polizeimeldung vom 25.06.2024 Mitte Nummer 1332 Mit der Veröffentlichung von Fotos und einer Videoaufnahme bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach zwei Männern. Sie sind dringend verdächtig, am Dienstag, den 28. Mai 2024 gegen 17.30 Uhr den 80-Jährigen auf einer Parkbank im großen Tiergarten beraubt zu haben. Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen Wer kann Angaben zur Identität und oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Personen machen? Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2, West, in der Charlottenburger Chaussee 75 in Berlin-Spandau, unter den Telefonnummern 030-4664-273316 sowie 030-4664-271100 oder per E-Mail an die 2k33-at-polizei.berlin.de entgegen. Auch über die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden. Erstmeldung Nummer 1107 vom 29. Mai 2024 Unbekannte berauben 80-Jährigen Bei einem Raub im Tiergarten wurde gestern Nachmittag ein Senior verletzt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand saß ein 80 Jahre alter Mann gegen 17.30 Uhr auf einer Parkbank im großen Tiergarten, als zwei unbekannte Männer auf ihn zukamen. Während einer der beiden den Senior gewirkt haben soll, soll der andere ihm ein Handy aus der Hand gerissen haben. Anschließend soll ihm einer der Unbekannten gegen den Kopf geschlagen haben, während der andere Tatverdächtige die Geldbörse des 80-Jährigen entwendete. Danach flüchteten die beiden Unbekannten durch den großen Tiergarten in Richtung Klopstockstraße. Durch den Angriff erlitt der Senior Verletzungen am Kopf und wurde von alarmierten Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zu dem Raub dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2, West, übernommen. Videoaufnahme der Tatverdächtigen Bericht, Geld aus Geldautomat entwendet Polizeimeldung vom 25.06.2024 Marzahn-Hellersdorf Nummer 1333 Bisher Unbekannte brachen vorgestern Nacht in Marzahn einen Geldautomaten auf. Ein Mitarbeiter einer Wachschutzfirma alarmierte die Polizei gestern Mittag gegen 13.45 Uhr zu einem Einkaufszentrum in der Havemannstraße, nachdem er die Beschädigung des Automaten festgestellt hatte. Die Unbekannten hatten das Gerät mechanisch geöffnet und Bargeld entnommen. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat des Landeskriminalamtes.